Hallo, ich möchte euch heute mal das Spiel FPS Man vorstellen. Das ist kostenlos, es ist ein Browser-Game. Und ich habe mal eine Runde angespielt und habe mir gedacht, nehme ich euch doch einfach mal dazu. Das Spiel baut auf das alte Pac-Man-Spiel auf, bloß ist es in First-Person-Sicht. Und man läuft jetzt rum und versucht einfach diese, was auch immer, Energiebälle zu schlucken. Wie es der Pac-Man früher gemacht hat. Das Spiel heißt natürlich nicht Pac-Man. Diese Bälle, wenn man da geht, oh, da kann ich es gleich zeigen. Jetzt habe ich dich. Ja, und da ist noch einer. Die Musik hat mich zuerst mal dermaßen erschreckt zum ersten Mal. So, jetzt bin ich aber wieder verwundbar. Ich wollte schauen, ob ich an dem vorbeikomme. So, meine Taktik ist jetzt mal, dass ich versuche erstmal, alle Bälle von außen zu erwischen. Komme ich denn hier vorbei ohne... Nee, ich komme nicht vorbei. Oben rechts sieht man so ein kleiner Rad da. So, ich probiere jetzt so weit außen zu bleiben wie möglich und dort erstmal alle aufzufuttern und dann in die Mitte zu gehen. Boah! Uah! Uah! Komm, komm, alle mir nach. Ja, eins, zwei, drei... Ne, nur zwei. scheint schon außen alle aufgegessen zu haben da gehen wir mal innen weiter ich hab dich gesehen du mich auch jetzt hat mich einer erwischt so ein mist 3780 ok einen versuch habe ich noch aber ich habe irgendein achievement gewonnen sieht man auf der rechten seite schützt 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 schneller gewesen hätte ich da fast diesen punkt noch aufsammeln sollen nicht weg können ich habe auf die shift taste gedrückt ob ich schneller rennen kann das geht aber leider nicht schon abgehängt kommt 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 die haut wieder ab aber du hast abkürzen wollen wir kommen nicht dann das ist auch jetzt habe ich mich vor diesen punkt hier geschreckt ich will die noch nicht nehmen wenn ich keine gegner in der nähe habe wo ist denn da hin ich habe gedacht ja jetzt kommst du blöd mann ok mein highscore ist 3780 schreibt mir einfach in den kommentare wenn ihr das spiel spielt wie weit ihr gekommen seid ich höre für heute mal auf mit dem spiel schaue mich noch nach anderen sachen um und man sieht sich tschau